So, weiter geht's. Hey, ich dachte, wir würden in die Jura-Zeit wechseln. Völlig richtig, Sam. Da befinden wir uns. Wo sind denn nur die ganzen... Wo sind denn nur die großen Zäune? Ich bin mir nicht sicher, ob du das Prinzip verstanden hast. Wir befinden uns hundert Millionen Jahre in der Vergangenheit. Wir stehen an dem Ort, der einmal Nova Scotia sein wollte. Nova Scotia? Glaubst du etwa, das wären kanadische Dinosaurier? Nicht genau. Ich stehe kurz vor der Erfindung der Pterodactylus-Pommes mit Spezialsauce. Kanada kann es mir später danken. Du bist wahrscheinlich ein Mann dieses Volkes, Sam. Natürlich ist das unser Sam. Option und mehr will ich erstmal rein. Option und Audio-Option. Und die Sound-Lautstärkel ein bisschen unter. So. Und die Musik-Lautstärke auch. Auch. Okay. Und dann kann es eigentlich weitergehen. Was haben wir denn hier? Oh. Ich glaub das war gar kein Feind. Naja. Sieht auf jeden Fall wieder schick aus. Sehr bunt. Hier kriegen wir erstmal ein bisschen Rüstung. Das heißt, vielleicht kommt wieder ein Gegner. Hoch da. Ah ja. Ja mehr als das. Mini-Trampolin. Schnell-Speicherung. Pass auf Sam. In der Nähe ist ein riesiger Ptericinosaurus am Fressen. Oh ja. Das Ding wird ein Prunkstück über dem Kamin von Sirius sein. Das sieht aber ziemlich aus. Er scheint recht zufrieden mit sich und der Welt. Versuche einfach ihn nicht zu reizen. Vielleicht kannst du dich an ihm vorbeischleichen, ohne dass er dich angreift. Okay. Soll ich etwa versuchen, meine Probleme ohne Gewalt zu lösen? Fragezeichen drücke Enter um fortzufahren. Wenn du ganz vorsichtig bist, kannst du vielleicht unbemerkt auf seinen Rücken klettern. Ja, das merkt er sicher nicht. Sicher. Warum auch nicht? In Cartoons funktioniert das. Und das hier ist ja Cartoon-Grafik. Vom feinsten. Okay. Ich speichere mal kurz. Was war das? F9? Nee. F9 war Fraps-Aufnahme beenden. Das war R, genau. So, und jetzt? Jawohl. Jawohl. Hat's nicht bemerkt. Gut. Ah, da gibt's noch nie. Hallo. So. Dann hatten wir von... ... 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